Und da ist schon der erste Kill von Nothing, aber Nex antwortet mit 2. Tapsen, sehr vokal. Ja! Oh, yeah! Was geht da ab? Tapsen, der kann selber nicht glauben, ey. Ei, ei, ei. Die schneid's ja noch bis nach Amerika rüber. So hat das gescheppert. 1-0 für Big und das ist doch mal der Start, den wir uns gewünscht haben. Diese Energie ist definitiv angekommen. In this, in duik, in duik, na. Nice. 3-3. Loll! Jebac! What? Perjod, Tapsen! Pidaraasie, blad! Die Wand ist das Tempo Richtung B anziehen und dann wird man versuchen irgendwie von hinten hier dicht zu machen. Vielleicht kann man hier Tabs noch auf dem falschen Fuß erwischen. Aber der soll das eigentlich früh genug auf den Schirm bekommen? Ja, das kann der jetzt auch ansagen. Ah, Keith, keine Chance, die Bombe wird rausgenommen und jetzt muss halt hier Tabson nachziehen und Tabson macht den 4k! Was ist das von Tabson? Und jetzt das Ace noch blind durch die Smoke, LOL, und er holt ihn auch noch! Tabson! Wer hat denn den Flash, wer hat denn den Flash? Gott B. Es gibt keinen Kontakt. Das ist das. Wenn man sagt, dass es einen Kontakt gibt, das heißt, dass der Gruppe der Attack ist auf dem Weg. Also, es gibt ein Aufmerksamkeit von der A und es gibt wahrscheinlich nur einen Spieler von der B. Da, es gibt zwei. Da, es gibt nur drei. Da, es gibt nur drei. Da, es gibt nur Tabson. Da, es gibt nur Tabson. Da, es gibt nur Tabson. Oh, Tabson! Oh, Tabson, der 3k! Ok! Okay! Und hier! Und hier! Und hier! Ihr könnt nicht lutter. Das ist nicht möglich. Honnêtement, er nimmt den 1er. Und hier! 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 Ja, da gibt es Potenzial hier. Aber Tengren ist gut. Sie müssen eine Quick-Pick finden und dann können Sie es gut machen. Es gibt 30 Sekunden, und der 3-Stack-On-B ist so schwierig. Ramzik bereits denies B in den Sight. Er geht in für mehr. Tavzen, Trades out. Er hat sich einen Sekunden als auch. Er hat die Bombe zu plant. Und er geht straight up. Er geht in die Open-Area der Sight. Fitsch looks like he'll jump right in, aber er wird nicht in Zeit sein. Und jetzt Tavzen ist es halt auf, für die Spieler zu walken. Sonic. Er geht in für mehr. Fitsch goes down. Tavzen's on the run for the ace here. He's on four kills. And it seems like Sonic, he's hungry for more pushes. Oh, come on! And there's the ace from the German star. Big, 14 rounds. They're gonna make it. With Tavzen able to rotate quickly once that call comes through. Electronic and Nex are gonna be exchanging frags. Double kill with a 5-7 for Nex on the Sight. Nicely played, but the damage may still be forthcoming onto Big, as Markloff is gonna use the close angle. Takes down a star player of Kyiv, leaving Tavzen the other star, with it all to do by his loan. So he's gonna be pushing aggressively onto Quad, lands the first one. Oh! Flicks onto Blade and destroys him! And that's the Tavzen you love to see. Maybe people say that Nex has a super high skills thing. And Kyiv, I think he will. Splash rüber. They just blocked, Matt. Er, there's 3, 3, 3, 3, 3. They're ultra low. They're low, they're 1, 2, 3. One drop. One drop low, JV. Yeah, let's scare. I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. Stone. Both of them here. Ah, I'm gonna kill you. Wow! Nice run, bro. Nice run. Hier schon, aber schöne Rotation von Big. Drei Leute schon an A. Warum auch wenn wir Keefe sehen, Tapsen mit dem Doppelkill durch die Smokern hier hinten am Delta immer noch stehen bleiben. Ein Spieler schon im Spot, aber Tapsen macht Frack Nr. 3, Dennis zielt ihn ab. Kill Nr. 4 von Tapsen und er lebt noch Speedy im 1 on 3. Tapsen flefft sich vor, da ist das Ace von Tapsen, da gibt's Hiratsche. Denn das war stark gehalten vom Delta hinten, auch dass er Dennis holt, der ihn eigentlich abzielt. E-Box low, Window I think. Gehto, press es up. E-Sup. Chicken, Chicken, Chip. Und, Front Connector. One more Connector, Boki. One Chicken, Chicken, Chicken lost and Connector. He stormed! Chicken lost! Go go go! Go ahead, go ahead! Fuck! Ah, jetzt ist der Doppelkang, er nicht will... Easy smoke. Did he land? Yes, of course! Fuck, high five Kevin. Das ist noch 50 Sekunden für die Rotate. Keeve versucht seinen Weg nach der Site zu bekommen. Das wäre ideal für sie hier. Aja schaut, aber er missen die Schoppe. Und das könnte all die Unterschiede sein. Tabsson geht in auf die Flank. Das ist ein perfekte Spiel von ihm. Und Aja geht um ihn. Er ist auf 3k, der Hattrick. Die Bombe hat sich geplant. Semphys und Röcker versuchen das zu retten. Und Keeve macht das damage. Tabsson schaut mit der AWP. Semphys ist noch auf die AWP. Und der Röcker ist eher ideal. Röcker ist nur die Angle. Sie können keine Leerwein unter der Site. Semphys ist so weit weg für die Tray. Tabsson geht... Und da wir gehen! Da ist die Ace von ihm. Es ist die Kürzbig. Die 11th round. Die Equalizer. Und es ist alles auf die Bank.